namenlose helden tag vier somit letzte folge und somit schließen wir quasi auch das event ab noch kann man noch kurz shoppen gehen aber im großen und ganzen war es das dann erstmal das war er doch nicht Möhm, Möhm. Möhm. Moin, Moin. So. Das ist doch dann tatsächlich eines der einfacheren Dinge. Einfach Sachen verhauen. Wuppdiwuppdiwupp. Oh, sind da unten schön am Campen. Der Schaden ist auch Ekela haft. Eieieieieiei, bin ich nicht zubereiten. man kannst du mir ein bild waffen für rosaria empfehlen immer habe ich ja das spiel und 22 kronobles für burst waffentechnisch bin ich auch sehr flexibel mit fünf sternen waffen nee aber die frage ganz auf jeden fall mal im discord stellen kann man dir mit sicherheit sehr sehr schnell helfen das war es auf jeden fall von dem event hier 23 und somit haben wir dieses event hier abgeschlossen hier kann man noch sachen kaufen krone kriegen wir dazu einladung haben wir gemacht und somit ist nach des kristallklaren seitenklangs erledigt leute das war's für diese folge danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge hau da rein ciao ciao